Wir beginnen gemeinsam mit einem bequemen und aufgerichteten Sitz. Und wenn wir diesen Sitz gefunden haben, dann sind wir auch bereit für den einstimmenden Teil in diese gemeinsame Yoga-Praxis. Wenn du das magst, dann kannst du dafür gerne die Augen schließen. Wenn wir Yoga praktizieren, dann führt uns diese Praxis immer auch in Herausforderungen und in neue, ungewohnte Erfahrungen jenseits des Alltags. Wir gehen also im Yoga nicht nur einen Weg, der uns von dem Äußeren nach innen trägt, wir gehen auch einen Weg in das Neue, vom Gewohnten in das Ungewohnte. Und wir machen dort Erfahrungen. Und diese Erfahrungen beschäftigen uns insbesondere dann, wenn uns etwas scheinbar nicht gleich gut gelingt. Wenn wir also in bestimmten Yoga-Asanas die Erfahrung machen, dass uns vielleicht etwas Mobilität oder Beweglichkeit fehlt oder Dehnung oder Kraft und Stabilität. Und besonders dann, wenn diese Yoga-Asanas unsicher werden, wenn es also nicht gelingt, sie stabil und in Ruhe aufzubauen und wenn es wackelt und wir den Eindruck haben, dass uns die Kraft fehlt, um eine zentrierte Basis zu gründen und in ein tragfähiges Fundament einzutauchen, dann beschäftigt uns das. Oder wenn es uns nicht gelingt, uns so zu ergründen und zu erleben und diese Asanas so darzustellen, wie wir sie gerne hätten oder wie es gewünscht ist oder wie es wir uns selbst wünschen. In all diesen Erfahrungen und in diesen Momenten ist dann immer das Thema der eigenen Mitte präsent. Wir brauchen diese Mitte sowohl körperlich als auch geistig, denn sie gibt uns eine Art Orientierung und eine Hilfe und einen Halt. Sie gibt uns einen Anker für uns selbst, um ein tragfähiges und gutes Fundament zu schaffen, das uns trägt. Und wenn es uns gelingt, eine eigene, stabile und zentrierte Mitte zu finden, dann können wir die Yoga-Praxis sicher und mit mehr Stabilität aufbauen. Wir können unseren Geist auf das Hier und Jetzt fokussieren. Und wir können aus uns selbst heraus agieren. Wir lassen also aus einer Struktur und einer Basis heraus etwas Neues und etwas Lebendiges entstehen und letztlich ja auch die Freiheit. Um uns nun darauf zu konzentrieren, was in dieser gemeinsamen Yoga-Erfahrung vor uns liegen wird, die einen klaren Fokus und eine gute Aufrichtung und Ausrichtung braucht, möchte ich dich bitten, dich noch einmal bewusst zu fokussieren und zu zentrieren. Also in deine innere Mitte einzutauchen, in deine inneren Räume, denn dorthin führt uns diese gemeinsame Yoga-Praxis. Und wir gründen dieses Gefühl von mittig sein zunächst in der körperlichen Erfahrung. Wenn du also die Aufmerksamkeit in deinen Sitz bringst und ihn spürst, dann spür dein Becken. Hier im Sitz ist dein Becken die Basis. Es ist das Fundament, auf das alles ausgerichtet ist. Es ist die Struktur, die dich nach unten erdet und integriert. Und wenn du dir vorstellst, du könntest jetzt diese Beckenstruktur sehen, dann würdest du seine Auflagefläche zu den Sitzunterlagen sehen. Und hier lassen wir jetzt eine kleine Aktion entstehen. Hier wird dich wichtig, dich etwas mit dem Gewicht nach vorn zu orientieren. In den vorderen Teil, also dich nach vorn zu lehnen. Und zu erfahren, wie dann die Auflagefläche deines Beckens sich nach vorn gewichtet. Lehn dich jetzt sanft nach hinten an und erfähr diesen Verlagerungsmoment, die Rückseite deines Beckens. Komm dann wieder zurück in die Mitte. Und beuge dich etwas nach rechts. Dann wird die rechte Seite deines Beckens schwer und die linke leicht. Und dann der Wechsel nach links. Dann wird dir die linke Seite schwer und die rechte Seite leicht. Komm auch hier wieder zurück in die Mitte, zwischen links und rechts. Und ergründe im eigenen Tun noch einmal diesen Wechsel zwischen vorn und hinten und links und rechts. Und dabei in diesem Tun noch zu spüren, wie es das Gewicht sich auf deiner Auflagefläche verändert. Und ein Gefühl zu bekommen, dass es einen Mittelpunkt gibt. Finde diesen Mittelpunkt. Und wenn du dort ankommst, dann ist das Gewicht gleich verteilt zwischen vorn und hinten und rechts und links. In all dem entsteht also eine innere, mittlere Struktur. Und hier kannst du dir eine visuelle Achse vorstellen. Eine Achse, die vom Beckenboden bis nach oben in die Krone des Kopfes strahlt. Und ich bitte dich, in dieser mittleren Achse anzukommen. Eine Achse von der Tiefe der Erde bis hoch in die Höhe des Himmels. Und um diese Achse herum kannst du dich frei und leicht nach oben aufrichten und lebendig wachsen. Es ist eine innere Achse. Es ist eine Wirbelsäule, die dich jetzt aufrichtet. Und sie trägt dich, sodass alles um diese Achse herum, alle Strukturen herum, sich entspannen und sich lösen dürfen. So dürfen die Muskulaturen Anstrengungen abgeben. Da du aufgerichtet wirst. Und die Gelenke sich entspannen. Entdeck auch eine geistige Mitte. Wir gehen also einen Weg von außen nach innen. Und wir wollen die Gedanken zurückziehen. Da sie uns immer nach außen orientieren. Und die äußere Welt uns von uns weg, aus unserer Mitte heraus nach außen zieht. Wir kommen also deswegen immer wieder in diese Yoga-Praxis mit der Aufmerksamkeit und deinen Sinnen zu dir. Zu deiner Mitte zurück. Und sei dabei im Hier und im Jetzt präsent. Wir machen immer in der Yoga-Praxis die Erfahrung, dass wir die Lebendigkeit, die Freiheit suchen. Wir wissen aber auch, dass es dafür ein Fundament braucht. Eine Basis und eine Stabilität, ohne die heraus wir das Gefühl von Freiheit und Befreitsein nicht entstehen lassen können. Und das sind sowohl körperliche Erfahrungen als auch energetische Erfahrungen. Es geht jetzt weniger darum, etwas zu wollen, etwas zu erzwingen. Aber es geht auch nicht um die Beliebigkeit. Entdecke also auch eine Mitte, eine energetische Mitte zwischen etwas wollen, ein Ziel haben. Und zugleich die Offenheit dafür, etwas geschehen zu lassen. Also einen Modus des Sich-Wahrnehmens, des Spürens. Und darin auch ein Gefühl für eine innere Ausgeglichenheit. Unabhängig davon, ob das jetzt gerade spürbar ist oder weniger spürbar ist. Denn eigentlich ist es ja nur ein Ergebnis oder eine Wirkung der Yoga-Praxis. Diese Ausgeglichenheit. Und manchmal ist sie schon da. Und manchmal entsteht sie eben erst noch. Und dann möchte ich dich einladen, auch die Atmung zu ergründen, um sie zu entdecken. Es darf dich jetzt atmen in diesem Augenblick. Und wenn die Atmung etwas tiefer strömen kann, bis in den Raum deines Bauches und deines Beckens, dann atmet es in deine körperliche Mitte. Und so entsteht dort im Einatmen ein ganz sanftes, auffächerndes Gefühl, eine innere Fülle und Weite. Und im Ausatmen, wenn die Bauchdecke sich zurückzieht, ein Gefühl des nach innen zentriert Seins. Ein dynamisches Wechselspiel aus der inneren Weite und des Ausdehnens, wenn es einatmet. Und eines Eintauchens in die innere Struktur, in den inneren, tiefen Raum, wenn es ausatmet. Wir atmen die Mitte unseres Körpers. Und aus diesem mittigen Gefühl bitte ich dich wieder in die Aktion zu kommen, die Hände bewusst vor das Herz zu orientieren. Zu fühlen, wie die Hände sich berühren und wie sie sich verbinden zu einer Einheit. Und hier auszuatmen, um dann beim Einatmen die Arme über die Seite zu einem großen Bogen nach oben zu erheben, über den Kopf. Und ausatmend die Hände zueinander zu bringen und sie zur Stirn zurück zu senken, zum Mund und zum Herz. Einatmend erneut sich der Welt öffnen mit diesem großen Bogen nach oben und ausatmend diesen Bogen vor dem Körper bis zum Herz zurückzuführen. Und dort die Augen langsam öffnen. Und ich möchte dich einladen, in den Vierfüßler zu kommen. Und wenn du hier im Vierfüßler ankommst, dann öffne die Knie ein Stück nach außen, bring die großen Zehen zueinander und tauche einen Augenblick lang in die Position des Kindes ein. Die Knie so weit auseinander, dass dein Oberkörper zwischen ihnen Platz und Raum findet. Du bringst die Hände nach vorn und lässt dein Gesäß gleichzeitig sanft Richtung Fersen zurücksinken. Und jetzt bitte ich dich zunächst die Peripherie, also die Außenlinien deines Körpers wahrzunehmen. Die rechte Seite vom rechten Hüftgelenk über die rechte Flanke zur rechten Schulter, von dort in den rechten Arm und in die rechte Hand. Hier auf die Fingerspitzen zu kommen, also das Handgelenk von der Yogamatte zu lösen und mit den Fingerspitzen ein Stück weiter nach vorn zu laufen. Jetzt kannst du förmlich sehen, dass die gesamte rechte Seite sich streckt. Es entsteht Weite und Raum zwischen den Fingerkuppen und dem Hüftgelenk. Drück jetzt die Fingerkuppen der rechten Hand etwas kraftvoller in die Erde und spür nicht nur die Weite, sondern auch dieses zentrierte Gefühl der rechten Linie deines Körpers. Vergleich das mit der linken Außenlinie, der linken Hüfte zur linken Flanke, der linken Schulter des linken Armes und die linken Fingerspitzen. Komm hier auf die Fingerspitzen hoch und krabbel mit ihnen ein Stück weiter nach vorn, sodass du ganz angenehm und ganz lang die linke Außenseite streckst. Jetzt drückst du auch die linken Fingerkuppen mit etwas mehr Nachdruck in die Yogamatte und erfährst die Kraft und die Struktur der linken Seite. Beide Hände drücken mit ihren Fingerkuppen in die Erde. Beide Flanken sind lang und zentriert. Jetzt ziehst du aus einer inneren Idee heraus die Arme und die Hände etwas aufeinander zu. Das ist keine äußere Bewegung. Die Hände bewegen sich nicht, aber es ist ein inneres Gefühl. Ein Gefühl der Kraft, die von den Außenlinien deines Körpers dich zur Mittellinie deines Körpers zieht. Wir lassen eine Mittelachse entstehen und geben gleichzeitig der Atmung Raum. Atme in die Rückseite. Es ist eine sehr schöne, sehr weiche und sanfte Atemqualität. Und entspann dabei die Vorderseite. Und dann fühl dich auch innerlich bereit und sensibel genug für diese Yoga-Praxis. Nimm also die Gedanken und die Alltagsgefühle wahr und atme sie aus. Und so wird unser Geist klar und wir können den Fokus auf unsere innere Mitte konzentrieren. Ich bitte dich jetzt, die Hände wieder zu erden, die Handflächen zu senken und die Finger weit aufzufächern und dir vorzustellen, dass du wie ein Magnet deine Hände und Finger in die Yogamatte saugst. Komm von dort in den Vierfüßler nach oben. Gründe die Auflagefläche der Hände und positioniere sie so, dass sie sich in den Handgelenken wohlfühlen. Das kann direkt unter den Schultergelenken sein oder etwas vor den Schultergelenken. Die Finger aufgefächert. Die Fingerkuppen integrieren zur Yogamatte nach unten. Du drückst die Hände nach unten und ziehst dich in einen Katzenbuckel hoch. Integriere dafür den Bauchnabel mit etwas mehr Aktivität nach innen hoch. Hebe die Flanken hoch. Weite die Rückseite. Und beginne den Kopf einzurollen. Bring den Blick also zur Mitte deines Körpers, zum Bauchnabel. Einmal in diese Rückseite atmen. Und jetzt eintauchen in den Pferderücken. Beginne vom Becken eine eintauchende Welle Richtung Schultern entstehen zu lassen. Tauche auch in den Schultergürtel ein. Und heb dann dein Herz nach vorn hoch. Den Blick nach vorn in den Pferderücken. In ein Gefühl der Weite. Ausatmend ziehst du dich ein in den Katzenbuckel. Ziehst dich zur inneren Mitte zurück. Einatmen fließt du von dort wieder zurück in den Pferderücken. Du löst dich aus der Mitte, fließt in die Länge und lässt es im Atemrhythmus weiter entstehen. Wir erfahren uns im Moment in Viagra Kriya, in der Thika Atmung. Ausatmen integriert Kraft und Stabilität nach innen. Und das Anatmen Wachstum und Ausdehnung nach außen. Noch ein Atemzyklus, um dann neutral zu enden, in einer neutralen Rückenposition. Jetzt stellst du die Füße auf und stellst dir einen Yoga-Block zwischen den Oberschenkeln vor. Und dieser imaginäre Block, versuchst du etwas zu drücken. Du ziehst also die Beine aufeinander zu. Sie adduzieren zur Mittellinie der Yogamatte und damit zur Mittellinie deines Körpers. Ähnlich auch an den Armen und Händen. Du schleifst aus einem inneren Impuls heraus die Hände etwas zueinander, ohne dass sie sich äußerlich bewegen. Es ist diese innere Kraft, die von der Außenseite zur Mitte zieht. Und jetzt, aus dieser zentrierenden, zur Mittellinie fokussierenden Kraft, saugst du die Bauchdecke etwas nach innen und ziehst die Knie ein kleines Stück von der Erde hoch. Eine innere Kraft, die sich zusammenzieht, die die Knie löst. Langsam schiebst du dein Becken Richtung Fersen und kommst dann ganz gemächlich hoch in den ersten abwärts schauenden Hund. In Adho Mukha Svanasana. Die Hände stabil und fest erden. Das Herz weich werden lassen. Dein Becken hochschieben. Die Knie leicht beugen. Noch einmal den Rücken verlängern. Die mittlere Achse, die Wirbelsäule strecken, indem du die Hände nach unten schiebst und dein Becken hochziehst. Und jetzt lässt du langsam die Fersen über ihre Außenseiten nach unten ziehen. Und so weitet sich die Rückseite der Beine. Um das zu kultivieren, bitte ich dich erneut, die Knie zu beugen. Und mit dem Ausatmen die rechte Ferse nach unten zu ziehen. Einatmend das Knie zu beugen. Ausatmend die linke Ferse nach unten ziehen. Einatmend lösen. Und das im eigenen Fluss weitermachen. Ausatmend die Ferse jeweils über die Außenseite nach unten erden. Die Länge der Beinrückseite wahrnehmen. Einatmend das Lösen und Entspannen wahrnehmen. Und dann noch einmal im Anschluss beide Fersen über die Außenseiten nach unten ziehen. Dann die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten schieben. Die Hände kraftvoll erden. Und das Becken hochziehen. Du ziehst die Beine und die Arme weiterhin aufeinander zu. Definierst also einen Weg von außen nach innen in die innere Kraft und Stärke. Und nimmst das mit in den Liegestütz in Shaturasana. Hier einatmen auf dem Weg in den Liegestütz. Und ausatmend langsam zur Erde senken und ablegen. Die Beine ablegen. Die Füße ablegen. Dein Becken etwas einrollen. Versetz die Hände auf Höhe der unteren Rippenbögen. Gib einen kleinen Druck mit den Händen in die Erde. Roll die Schultern weich zurück. Und jetzt ziehst du die Hände und die Füße aufeinander zu. Und dieser Zug zueinander gibt dir einen Wachstumsimpuls. Einen Schub nach vorn. Und den greifst du auf und erhebst dich nach vorn hoch. In Bujangasana, in die Cobra. Oder noch weiter hoch in den aufwärtsschauenden Hund. In Ardha Mukha Svanasana. Und dann mit Kraft und Ruhe und Stabilität langsam den Weg zurück in den abwärtsschauenden Hund. Ardha Mukha Svanasana. Hier wieder ankommen. Die Fersen heben. Die Beine strecken. Und mit gestreckten Beinen, während die Oberschenkel nach hinten schieben, lässt du die Fersen über die Außenseiten tiefer sinken. Drückst dann die Hände in die Yogamatte und schiebst dein Becken hoch. Und streckst dich ganz lang. Die Mitte zentrieren. Arme und Beine zueinander ziehen. Und diese mittlere Linie wachsen lassen und strecken lassen. All das gibt uns ein Bewusstsein für die Mitte unseres Körpers, die wir im Augenblick stärken und nähren. Lang und zentriert. Jedes Einatmen in die Rückseite gibt uns wieder eine Erinnerung daran, weich zu sein und gleichzeitig sanft zu sein. Sie führt uns in den Kontakt mit etwas, das über uns hinausgeht, mit dem Vertrauen darauf, dass es uns atmet. Und das Atmen in die Vorderseite gibt uns einen Eindruck von Entschlossenheit und einen Fokus, den es jetzt braucht. Tief einatmen, alles zur Mitte ziehen, tief ausatmen, die Mitte strecken. Einatmen in den Liegestütz, Shaturasana. Ausatmen über den tiefen Liegestütz, Shaturanga Dandasana in die Bauchlage ablegen. Und hier ankommen, die Füße ablegen, die Beine lang werden lassen, das Becken einen Moment einrollen und in eine sanfte Sphinx auftauchen. Du richtest dich in eine sanfte Rückbeuge auf und schiebst die Unterarm ein Stück nach vorn, je nachdem, wie es dem unteren Rücken gefällt. Eventuell die Ellenbogen unter den Schultern oder die Ellenbogen etwas vor den Schultern. Und wir lassen aus dieser Sanftheit wieder eine Struktur entstehen, eine Struktur des Kraftvollseins. Ich bitte dich jetzt, den Kopf einzurollen, den Blick also unter dir nach hinten zu bringen, dann Kraft zu integrieren in die eigene Mitte, mit etwas Entschlossenheit, den Bauchnabel nach innen hochzuziehen, die Flanken zu heben, dein Becken vom Boden zu lösen, auch die Oberschenkel vom Boden zu lösen und dich nach oben einzurollen. Ganz zentriert, ganz kraftvoll, alle Energie in die Mitte des Körpers ziehen und von dort zurückkehren. Die Oberschenkel ablegen, dann Becken erden, die Bauchdecke senken, den untersten Rippenbogen senken und in die Sphinx auftauchen, nach oben, wieder aufrichten. Einatmen, ausatmen, Kraft, Stärke und Wille, das dich einrollt und nach oben aus diesem kraftvollen Moment hochzieht. Einatmen, das lösen und die Erfahrung des Eintauchens und Aufrichtens. Und das im Atemfluss weiter. Jedes Ausatmen, ein zentrieren, ein inneres Zurückziehen und in dieser Kraft den Schub nach oben erfahren. Jedes Einatmen, das lösen und zurückkehren nach unten. Ein neuer Impuls, bis zur nächsten Sphinx. Dort ankommen, dort verweilen, durchatmen, lösen von der Anstrengung. Und einen Moment in die ganze Bauchlage eintauchen. Also kannst du gerne die Hände unter die Stirn nehmen. Einen Moment loslassen. Dich der Erde und ihrer Struktur und ihrem Halt anvertrauen. Und die Anstrengung loslassen. Gut, noch einmal ganz frei in den Rücken atmen. Wir lassen aus dieser Erfahrung wieder einen neuen Impuls entstehen. Rollen das Becken ein. Integrieren die Hände auf Höhe der unteren Rippenbögen zur Yogamatte. Lassen die Schultern zurückfließen. Und erheben uns nach vorn hoch in den neuen, aufwärtsschauenden Hund oder in die Cobra. Atmen dort ein nach oben. Und atmen aus und kommen langsam und bedacht zurück in den abwärtsschauenden Hund. Hier ankommen. Die Hände erden, die Außenseiten der Fersen senken. Das Becken nach oben integrieren. Die Arme sanft zueinander schleifen. Und jetzt das rechte Bein leicht machen. Das rechte Bein ganz lang hochheben. Schiebe es über die Ferse nach hinten hoch, während du gleichzeitig die Hände nach unten drückst. Ganz lang in der rechten Seite. Von den Fingern bis zur Ferse. Eine ganz weite Erfahrung der Größe. Die Ferse wegschieben. Die rechten Zehen heranziehen. Ein aktiver Fuß. Und die Außenseite der linken Ferse erden. Nun die rechte Hüfte aufdrehen. Du führst das rechte Hüftgelenk über das linke hoch. Schiebst immer noch die rechte Ferse weg. Die Zehen herangezogen. Drückst die rechte Hand besonders in die Yogamatte und streckst dich und weitest dich in der Linie der rechten Seite. Und jetzt langsam wieder zurückkehren. Die rechte Hüfte auf Höhe der linken Hüfte leveln. Die Hüfte parallel. Und dann langsam den rechten Fuß absetzen. Es sich strecken. Es wahrnehmen. Die rechte Seite mit der linken Seite vergleichen. Und nun langsam und lang das linke Bein hochheben. Die Hände erden. Die linke Ferse nach hinten rausschieben. Die Zehen heranziehen. Ein ganz aktiver linker Fuß. Und jetzt langsam die linke Hüfte aufdrehen. Sie über die rechte Hüfte hochziehen. Die linke Hand bewusst in die Yogamatte schieben. Die linke Ferse wegschieben. Ganz lang werden. Raum erfahren zwischen Handgelenk und Fußgelenk. Die Zehen heranziehen. Und in der rechten Seite die Ferse über ihre Außenseite erden. Ein tiefes Atmen in die linke Seite. Und dann langsam zurückkehren. Die linke Hüfte wieder parallel zur rechten Hüfte leveln. Und das linke Bein langsam zum Boden zurücksetzen. Tief Atmen. Ausatmen. Strecken. Die Fersen senken. Die Hüfte hochschieben. Die Hände in die Yogamatte schieben. Einatmend. Ausatmend weich und sanft in die Vorburger eintauchen. Einatmend lang ziehen. Den Rücken nach vorn strecken. Die Beine mehr strecken. die Innenseiten der Oberschenkel wegschieben, ausatmen, noch einmal weich und sanft nach unten eintauchen. Und hier sein, sich verbeugen, sich verneigen. Wenn wir uns nach vorn verneigen, dann hat das Becken oft die Tendenz, nach hinten auszuweichen. Ich bitte dich, eine innere Achse der Beine vorzustellen und dich so zu orientieren, dass deine Hüftgelenke über den Kniegelenken sind und die Kniegelenke über den Fußgelenken. Wir brauchen dafür meist einen kleinen Gewichtsschub nach vorn, auf den Füßen nach vorn Richtung Zehenballen. Du ziehst die Rückseite der Beinmuskulatur hoch zu den Sitzbeinen, erdest gleichzeitig die Fersen nach unten und ziehst die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Und während die Beine aktiv in der Arbeit sind, aktiv strukturiert und definiert, kann der Oberkörper lösen. Er kann Anspannung und Anstrengung nach unten sinken lassen. Ein tiefes Ausatmen und einatmend hoch in die Hocker, Utkatasana. Die Arme heben und noch einmal den Fokus auf die Füße bringen. Hier mit dem Kontakt der Füße spielen. Die Zehen etwas heben und etwas Gewicht nach vorn verlagern Richtung Zehenballen. Dann Gewicht nach hinten verlagern Richtung Fersen. Noch einmal vor und zurück, um die Mitte zu ergründen, in der gleich viel Gewicht zwischen vorn und hinten verteilt ist. Den rechten Fuß etwas kraftvoller an die Matte schieben. Dann lösen, dann den linken Fuß in die Yogamatte schieben. Und lösen und auch hier eine Balance finden zwischen rechts und links. Wir sind zentriert. Rechts und links hat gleich viel Gewicht und Kraft, genauso wie vorn und hinten. Die Veränderung spüren, die Mitte suchen, gleichmäßig aktiv nach unten erden, während die Arme und über die Fingerspitzen nach oben streben in die Welt. Wir haben also nach unten die Stabilität, die wir suchen und gefunden haben und lassen die Freiheit und die Leichtigkeit nach oben entstehen. Einatmend ganz hoch ziehen in den Stand, ganz hoch ausstrecken, Kraft nach unten bringen und ausatmend im Stand ankommen. Die Arme senken. Tadasana. Auch hier sein, die Füße spüren, die Zehen leicht gehoben oder zumindest nicht in die Yogamatte gekrallt. Noch einmal dieses Spiel der Mitte suchen, zwischen vorn und hinten auf den Füßen. Das Gewicht nach vorn und hinten verlagern, genauso nach rechts und links. Und in diesem Suchen die Mitte entdecken. Die Mitte, die uns trägt, die uns Struktur und Halt gibt, Halt, den wir jetzt brauchen. Und aus dieser Struktur darf es lebendig nach oben streben. Eine innere Achse, von der Erde nach oben bis über die Krone in den Himmel. Und hier werden wir jetzt eine Sequenz einer Gleichgewichtshaltung ergründen. Wir werden uns jetzt vorbereiten für den Kutscha, Radha-Charyasana. Und dafür bitte ich dich, den rechten Fuß bewusster zu erden. Hier also etwas Gewicht nach unten zu integrieren und zu spüren, wie der linke Fuß leicht wird. Da haben wir rechts erden bis auf die Zehen. Und die Muskulatur von dem rechten Fuß durch die gesamte Struktur des rechten Beines hochziehen zum Becken. Dann diese Muskulatur aktiv hochgezogen lassen und über die Knochen den rechten Fuß nach unten wieder erden. Den linken Fuß, der leicht ist, langsam mit der Ferse lösen, das linke Knie beugen und hochziehen. Und jetzt ganz viel Halt und Ruhe. Die linke Hand greift jetzt den linken Fuß. Das geht über viele Aspekte, den großen Zeh beispielsweise umklammern oder über die Zehen hinweg greifen. Oder mit der linken Hand die Außenseite des linken Fußes greifen. Und die Variante, die jetzt Halt gibt, nutzen, um mit der linken Ferse nach vorn zu schieben. Das linke Knie streckt sich langsam, rechtes Knie streckt sich, der Fuß drückt nach unten. Und aus dieser kraftvollen Mitte den rechten Arm nach oben führen. In die Länge der rechten Seite streben und mit der linken Ferse nach vorn schieben. Kraft in die Mitte des Körpers zentrieren. Alle Beinmuskeln jetzt zum Becken ziehen. Und von dort strecken. Wir wechseln in den gedrehten Kutscher. Parivrita Radha Charyasana. Das gestreckte linke Bein langsam etwas beugen. Jetzt ganz in Ruhe den rechten Arm nach vorn. Mit der rechten Hand den Fuß greifen. In der Variante, in der es jetzt Halt gibt. Die linke Hand an die Hüfte aufstutzen. Den Beckenboden schließen. Die Mitte des Körpers definieren. Und aus ihr heraus langsam nach links den Oberkörper aufdrehen. Nach links hoch schrauben. Und gleichzeitig die linke Ferse wieder nach vorn schieben. Jetzt den linken Arm nach hinten ausstrecken. Seitlich nach links ausstrecken. Lebendigkeit und Stabilität verbinden. Es atmen lassen. Und dann langsam wieder zurück. Ein ganz bedachter Weg zurück. Und wenn es wackelt und die Balance sich jetzt sucht, dann ist das gut. Langsam zurückkehren. Das linke Knie einmal etwas anwinkeln. Beide Hände jetzt an den Fuß. Halt suchen. Und aus diesem Halt den Fuß mit der Ferse wieder nach vorn schieben. Nach vorn und hoch. Zu Pagashasana. Und so wie wir das linke Bein strecken, die Ferse nach vorn hoch schieben, so entsteht die Möglichkeit, uns ganz sanft vor dem eigenen Bein und den eigenen Möglichkeiten, die wir haben, uns zu verneigen und zu verborgen. Und im Verborgen braucht es Halt. Es braucht eine Basis, aus der wir wachsen dürfen. Einmal tief atmen, auch in die Rückseite atmen und dann langsam wieder aufrichten, das linke Knie beugen und mit beiden Händen greifen. Wir ziehen es zum Oberkörper hoch, zu Shandurdvajirjasana. Erden noch einmal, letztes Mal den rechten Fuß. Streben nach oben, lassen den Brustkorb leicht werden und beenden. Stellen den linken Fuß auf. Hier es atmen lassen, ganz tief und ganz frei. Die Seiten vergleichen die rechte Linie des Körpers mit der linken Linie des Körpers. Halt finden zur Erde. Und aus diesem Halt heraus entsteht die zweite Runde. Wir bringen die Aufmerksamkeit in den linken Fuß, lösen die Zehen etwas oder krallen sie zumindest nicht und geben Gewicht auf die linke Seite. Drücken den Fuß mit mehr Aktivität in den Boden nach unten. Das rechte Bein wird leicht. Wir lösen die rechte Ferse von der Erde. Erinnern uns, dass es Halt braucht. Ziehen die Muskulatur des linken Beines hoch. Ziehen die Kniescheibe hoch. Ziehen die Muskulatur hoch zum Becken. Und schieben dann mit einem inneren Gefühl die Knochen des linken Fußes bewusst nach unten in die Erde. Jetzt das rechte Knie weiter heranziehen. Die rechte Hand greift den rechten Fuß über den Großzehen, den wir klammern können, oder über die Zehen hinweg greifen, oder über die Außenseite des rechten Fußes. Dort, wo es Halt gibt und Sicherheit und aus dieser Sicherheit die rechte Ferse langsam wegschieben. Das Bein langsam strecken. Den linken Fuß in die Erde schieben. Und den linken Arm nach oben strecken. Die linke Seite ganz lang. Alle Beinmuskeln zum Becken ziehen. Und von dort wieder über die Knochen wachsen und strecken. Nach links unten, nach rechts vorn und nach links hoch. Atmen lebendig und doch zentriert. Wachsen, entfalten und die Mitte nicht verlieren. Und dann langsam ein Stück zurück das rechte Knie beugen. Jetzt für die gedrehte Variante, Parivrita, Radha, Jaryasana, die linke Hand langsam zum rechten Fuß orientieren. Die rechte Hand an der Hüfte aufsetzen. Linke Hand dorthin, wo es den Fuß gut hält, wo es uns strukturiert. Und dann langsam den rechten Fuß wieder nach vorn schieben. Aus der inneren Mitte heraus, die wir zentrieren, indem wir den Bauchnabel integrieren. Den Beckenboden etwas schließen. Jetzt den Oberkörper nach rechts hochschrauben. Und den rechten Arm nach außen öffnen. Nach rechts. Die Mitte atmen und definieren. Und aus ihr heraus wachsen, schrauben und strecken. Nach einer neuen Möglichkeit tief zu atmen. Und dann die langsame Rückkehr. Den nach vorn orientieren. Das Knie etwas beugen. Beide Hände greifen den Fuß. Geben Sicherheit. Wir ergründen diese Sicherheit auch zum Boden nach unten. Auch zur Mitte unseres Körpers. Und entfalten uns von dort. Wieder schieben den rechten Fuß noch einmal nach vorn. Und jetzt auch hoch nach oben. Erfahren uns, wie wir uns strecken. Wie wir in die Welt wachsen. Und verneigen uns vor all den Möglichkeiten, die wir haben. Verneigen uns vor dem rechten Bein. Atmen in die Rückseite. Erinnern uns, nicht zu angestrengt zu sein. Nicht zu viel wollen. Dinge auch geschehen lassen dürfen. Und richten uns wieder auf. Beugen das rechte Knie und greifen es. Ziehen es heran zu Janudva Jejasana. Drücken den linken Fuß nach unten. Ziehen die Muskulatur hoch. Und wachsen mit einer Leichtigkeit des Brustkorbs zwischen den Schultern nach oben. Streben mit dem Scheitel hoch in die Welt. Atmen nach oben ein. Und lösen mit dem nächsten Ausatmen auf. In den Stand. Im Tadasana. Und dann hier im Stand wieder ankommen. Ergründen. Sein. Sein dürfen. Gern die Augen schließen und nachspüren. Spüren die Linien des Körpers. Die rechte Linie mit der linken Linie. Die Mittellinie spüren. Diese innere Struktur zwischen dem Boden und dem Scheitel. In dieser Linie aufrichten. Befreit wachsen. Und doch spüren, dass die Mitte uns Halt gibt und uns trägt. Wir entfernen Kraft im Zentrum und von dort Impulse des Wachsens. Ein tiefes Atmen. Und dann die Augen langsam wieder öffnen. Einatmend die Arme über die Seite nach oben fließen lassen. Über die Fingerspitzen nach oben streben. Ausatmend die Arme über die Seite nach unten und verneigen nach unten. Eine stehende Vorbeuge. Uttanasana. Die Füße erden. Die Zehen entspannen. Die Fersen nach unten schieben. Gewichtrichtung vordere Seite verlagern. Damit das Becken nicht zu weit zurückschiebt, sondern in die innere Achse der Beine zurückkommt. Die Sitzbeine hochziehen und den Oberkörper lösen. Alle Anspannung lösen. Aus dem Rücken, aus den Schultern, aus den Armen, aus dem Nacken, aus dem Gesicht. Sich verneigen vor all dem, was war und dem, was kommt. Den Kopf einrollen, sodass der Blick sich wieder nach oben integriert. In die Mitte des Körpers. In die eigene Mitte. Die Rückseite erfahren, wie sie sich streckt. Einatmend, die halbe Vorbeuge. Ardha Uttanasana. Ganz lang werden. Den Rücken nach vorn ziehen in die Länge. Ausatmend, nach unten verbeugen. Weich und sanft sich der Erde verbeugen. Einatmend, den rechten Fuß. Einen Ausfallschritt langsam nach hinten aufsetzen. Den Blick heben. Ausatmend, den linken Fuß dazustellen. Für den abwärtsschauenden Hund. Adha Mukha Svanasana. Den Kopf einrollen. Den Blick hoch zum eigenen Bauchnabel. Zur Mitte, zum Zentrum, zur Basis. Die Hände erden. Das Becken hochschieben. Die Außenseiten der Fersen senken. Und jetzt wieder Struktur aufbauen aus dieser Länge. Die Arme und die Beine aufeinander zuziehen. Halt finden. Zur Mitte des Körpers. Zur inneren, mittleren Linie. Diesen Halt, diese Kraft mitnehmen. Nach vorn in den Liegestütz in Saturasana. Und hier ankommen. Immer noch zentriert sein. Die Beine drücken zueinander. Adduzieren zur Mitte. Die Arme und die Hände auch. Sie ziehen die Yogamatte sanft zueinander. Nicht zu viel Wollen dabei. Und jetzt die rechte Seite definieren. Den Blick zur rechten Hand. Die Finger auffächern. Die Fingerkuppen erden. Großzinn ballen. Der Füße erden. Kraft nach unten bringen. Die gesamte rechte Seite zentrieren. Stabil und satt nach unten sein. Daraus die Beine langsam so drehen, dass beide Fersen nach rechts zeigen. Der rechte Fuß also mit der Außenkante. Der linke Fuß mit der Innenkante gewichtet. Sammeln. Die Mitte definieren. Den Bauchnabel schließen. Nach innen ziehen. Den Beckenboden auch nach innen integrieren. Und jetzt langsam den Oberkörper nach links aufdrehen. Die linke Hand zum linken Schultergelenk. Das Schultergelenk nach hinten einladen, um weiterhin der Vorderseite zu integrieren. Das Herz zu entspannen. Und aus diesem weichen Herz den linken Arm nach oben führen. Über die Fingerspitzen hochziehen. Zu Vashisthasana, dem Seitstütz. Alle Muskulaturen in die Mitte ziehen. Die Beinmuskeln zum Becken ziehen. Die Armmuskeln in den Rumpf ziehen. Und dann von dort aus diesem Fundament strecken. Über die Fersen wegschieben. Über die linken Fingerspitzen hochziehen. Zum Himmel wachsen. Stabile Peripherie. Und dann das Öffnen in die Zeitlosigkeit dieses Moments. Nach einmal die Energie in das Becken hineinziehen. Halt finden. Kraft finden. Dann das obere Bein langsam heben. Ausscheren. Halt suchen. Ihn finden. Ihm vertrauen. Und wachsen. Und strecken. Die Mitte definieren. Und das Bein zurücksenken. Und langsam zurückkommen. In den Liegestütz. Linke Hand wieder nach unten erden. Durchatmen. Sein innehalten. Und die zweite Seite. Die linke Seite stärken. Die linke Finger auffächern. Die Hand gerne anschauen. Wie sie sich auffächert. Wie sie dir Halt gibt. Erden. Satt Erden. Langsam beide Beine mit den Fersen nach links orientieren. So kommst du mit dem linken Fuß auf die Außenkante. Mit dem rechten Fuß auf die Innenkante. Die Muskulatur in das Becken ziehen. Den Oberkörper langsam nach rechts auf den Oberkörper langsam nach rechts aufdrehen. Links drückt in die Yogamatte. Rechte Hand an die Schulter. Die Schulter nach hinten einladen. Zurück lehnen. Aus dem Fundament der gesamten linken Seite. Das Herz entspannen. Und den rechten Arm vom Herz aus nach oben ziehen. Über die Fingerspitzen nach oben wachsen. Strecken und ausdehnen und leuchten. Alle Energie in die Mitte ziehen. Aus den Armen die Muskulatur über die Schultern in den Rumpf ziehen. Aus den Beinen die Muskulatur zum Becken ziehen. Und von dort aus diesem umarmten, starken Gefühl die Knochen verlängern. Über die Fingerspitzen hochziehen. Über die Fersen wegschieben. Einatmend Halt und Kraft finden. Die Energie in das Becken ziehen. Ausatmend das obere Bein langsam heben. Aus einer starken, stabilen Mitte. Halt suchen. Ihn finden. Mit diesem Halt spielen und strecken. Tiefatmen. In der zweiten Seite von Vashishtasana. Auch zeitlos sein. Den Geist mitnehmen. In diesem Moment. In diesem Augenblick. Und dann langsam lösen. Rechte Hand zurück. Die Füße aufstellen. In den Liegestütz. Ausatmend in die Bauchlage eintauchen. Tief einatmen. Eine Rückbeuge nach vorn hoch entstehen lassen. Tief ausatmen. Zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und wieder beide Seiten entfernen und begreifen. Kleine Bewegungen integrieren. Die Mittellinie entfalten. Sie strecken. Und innehalten und atmen. Einatmen in die Rückseite. Sie öffnen. Sie weiten. All dem Vertrauen. All dem, was höher ist als wir selbst. Das wir manchmal gar nicht begreifen können. Und dieses Vertrauen in die Vorderseite mitnehmen. Und die Vorderseite entspannen. Das Herz entspannen. Mit ihm nach unten schmelzen. Und ich möchte dich einladen, zurück in das Kind zu kommen. Den Weg nach unten in den Vierfüßle. Dort die großen Zehen zueinander. Die Knie nach außen öffnen. So dass, wenn du das Gesäß Richtung Fersen sinkst, Raum zwischen den Knien mit dem Oberkörper findest. Für einen Moment noch die Hände vorn lassen, die Finger aufstellen, die Fingerkuppen in den Boden integrieren. Und das Kind hilft uns, die Seiten wieder neu zu justieren und eine Mitte zwischen links und rechts zu finden. In die Länge ziehen. Die Fersen und das Becken finden Kontakt. Die Fingerkuppen laufen nach vorn. Strecken die Außenlidlin deines Körpers. Die rechte Hand drückt über die Fingerkuppen nach unten. Definiert die rechte Seite. Dann wieder lösen. Die linke Seite spüren. Nach vorn krabbeln. Die linken Fingerkuppen nach unten drücken. Kraft in der linken Seite spüren. Und diese Kraft lösen. Und dann loslassen. Die Unterarme ablegen. Gern auch die Hände als Kissen nehmen unter die Stirn. Und dich zurückziehen in den inneren Raum. Loslassen. Eintauchen. Erden. Die Atmung in der Rückseite erleben. Dort das weiche und sanfte Spüren. Sogar ein inneres Streicheln der Atemluft der Wirbelsäule entlang. Jedes Atmen ist eine Massage des Rückens. Und das Herz entspannt nach unten schmelzen lassen. Es durchströmen. Es durchströmen, durchfluten lassen. Jetzt bitte ich dich, die Hände ganz bedacht auf Höhe der Knie auf dem Boden aufzusetzen. Ein klein bisschen Kraft mit den Händen nach unten zu geben in die Erde. Und über diese Kraft dich langsam aufzurichten in den Sitz. Und hier einen Weg in die Rückenlage zu finden. Und wenn du in der Rückenlage angekommen bist, dann breite ganz beseelt deine Arme zur Seite aus. Und stell die Füße auf, sodass sie mit den Auflageflächen den Boden ergründen können. Einmal kurz Kraft mit den Füßen nach unten geben. Dabei das Becken lösen, nach oben heben, in eine kleine Schulterbrücke. Leicht werden nach oben, kraftvoll nach unten. Und den Weg zurückrollen, nach unten zur Erde. Bis das Becken ankommt. Dort sein. Und das rechte Bein über das linke legen. Es entsteht dann ein ganz bequemer Stapel. Und dieser Stapel lädt uns in die nächste sanfte Bewegung ein. Wir lassen diesen Stapel nach rechts und links schwingen. Ein ganz sanftes, bedachtes Pendel. Und wenn wir dabei den Blick nach innen wenden, nach innen fokussiert sind, dann können wir erfahren, dass die mittlere Struktur, die Wirbelsäule sich jetzt dreht. Sie rotiert. Und wenn ein Gefühl entsteht, dass diese Bewegungswelle durch den Rücken hindurch laufen darf, dann kann dabei der Kopf entgegengesetzt mitfließen. So ist die gesamte mittlere Linie des Oberkörpers, die gesamte Wirbelsäule in einer verringenden Bewegung. Und es darf sich doch sehr angenehm und sehr sanft anfühlen. Denn wir lösen die Struktur der Muskulatur. Wir lösen ihre Anstrengung. Und werden über diese Pendelbewegung leichter und freier. Und wenn es zurück in der Mitte ist, dann den rechten Fuß wieder aufsetzen. Und wechseln. Das linke Bein über das rechte legen. Und ein genauso sanftes und erholsames Pendeln entstehen lassen. Der Blick nach innen gibt uns eine Ahnung dessen, was es jetzt braucht. Welchen Rhythmus, welchen Fluss. Und wie weit diese Bewegung in die Peripherie nach außen fließen darf. Auch ob ein Wunsch entsteht, mit dem Kopf entgegengesetzt mitzupendeln. Und aus diesem Fließen dann langsam wieder die Rückkehr finden. Ganz langsam, ganz bedacht in der Mitte landen. Den linken Fuß auch wieder aufstellen. Und die Knie umarmen. Apanasana. Ein ganz beseeltes Umarmen. Die Knie zum Oberkörper. Ein innerer Eindruck des Sich-Umarmens. Auch der Dankbarkeit für all die Möglichkeiten, die wir erfahren durften. Für die innere Stabilität und die innere Mitte, die wir fanden und die uns Halt gab. Und ein kleines Moment des Verwöhnens, wenn wir aus der mittleren Achse, aus der Wirbelsäule ganz sanft nach rechts und links schwingen in die Seiten des Rückens. Und darüber entsteht eine sehr sanfte, sehr schöne Massagebewegung des Rückens, die wir uns jetzt schenken dürfen. Und wenn das Gefühl entsteht, dass es an besonderen Stellen des Rückens jetzt besonders wertvoll ist, dann können wir das über die Knie steuern. Wenn wir die Knie näher heranziehen, dann rutscht diese Massage weiter an den oberen Rücken oder mittleren Rücken. Und wenn wir die Knie weiter nach vorn schieben, dann etwas mehr an den unteren Rücken. Ein innerer Eindruck führt uns also in die Erfahrung, was es jetzt braucht und was jetzt gut tut. Und ja nach einem Moment ganz genüsslich schwingen, massieren und umarmen. Und dann langsam wieder zurückkommen, die Füße aufstellen und ausstrecken. Die Beine ganz lang ausstrecken, die Arme nach hinten ablegen. Wir gehen den Weg zu Shavasana. Und wir gehen ihnen bewusst, bitte dich die Daumen zu verhaken und dich über die Fingerspitzen nach hinten auszustrecken. Und aus ganz langen Beinen heraus die Füße nach vorn zu strecken und dich über die Fußzehen nach vorn auszustrecken. Das alles mit einem Eindruck, dass es nicht nur einen physischen Körper gibt, sondern auch einen Raum über unseren Körper hinaus. Ausatmend, in denen wir uns jetzt ausstrecken und einatmend ganz lang werden. Maximal lang zwischen Zehen und Fingerspitzen. Ausatmend loslassen. Ein zweites Mal einatmend über den physischen Körper hinaus strecken. Noch mehr, noch länger, maximal lang. Ausatmend alle Anspannungen loslassen. Und ich lade dich ein, eine ganz eigene, bequeme Rückenlage für Shavasana zu entdecken. Die Arme dorthin, wo es ihnen gut tut. Die Schultern erden. Das Becken. Die Beine. Die Füße. Und die Augen zu schließen. Der Blick wendet sich nach innen. Lass uns die Auflageflächen des Körpers ansehen. Und sehen, wie die Füße und die Fersen die Unterlage berühren. Wo die Beine aufliegen und sich entspannen dürfen. Wie das Becken nach unten eintaucht und Gewicht abgibt. Auch die Auflageflächen des Rückens spüren. Die Breite der Schulterpartie. Die Länge der Arme. Die Berührung der Hände. Und genauso auch die Berührung des Hinterkopfes mit der Unterlage. Einatmend aus dieser Berührung ganz leicht und frei werden nach oben. Und ausatmend noch mehr Anstrengung loslassen und nach unten eintauchen. Ein zweites Mal einatmend nach oben leicht werden und frei. Und ausatmend in all den Halt und die Ruhe der Erde eintauchen. Sich tragen lassen. Sich verwöhnen lassen. Und genießen. Die Mehrheit ist das Aktuellen. Die Musik der Karen. Und die Erwbeerrung der St周 generators. Und die paveded Unbelievable. Dann sind schonend fest. Und die Selbst sie haben eine kleine dot war als ohne. Wo es nicht einig? Going adviert nun. Ich hoffe, dass die Gefahr mit der Reg browsing. Bis zum nächsten Mal. Nicht trauen und w Shawn ist ein bisschen erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier zum Schluss die Aufmerksamkeit zurück in den Raum deines Beckens zu bringen, seine Auflagefläche zu sehen und das Becken als eine Quell der Stabilität und eine Basis zu erfahren. Den Raum darüber zu spüren, den Bauchraum, dann darüber den Brustraum und darüber den Raum deines Kopfes. Den Raum, der für Freiheit und Öffnung steht, wenn wir über die Krone unseres Kopfes in die Welt nach oben wachsen. Und das mit dem Beckenraum zu verbinden, der uns nach unten Halt gibt und Sicherheit schafft. Sich noch einmal in diesen Räumen der Atmung überlassen, ohne etwas Besonderes zu wollen, sondern alles geschehen zu lassen und liebevoll zu entdecken. Es atmet Es atmet in die innere Mitte und es belebt die inneren Räume. Es atmet in die innere Mitte und es bewegt die inneren Räume. Wir finden immer wieder mit der Atmung einen Zugang zu uns selbst. Und können dort die Basis ergründen, die Stabilität, den Halt und das Vertrauen. All das, was uns also trägt und was uns ermöglicht, wieder frei in die Welt zu wachsen. Ich darf dich nun bitten, den Atem langsam wieder zu vertiefen. Es wahrzunehmen, wie es atmet und dieses Geatmetwerden zu genießen. Aus diesem inneren Zentrum die Aufmerksamkeit auch wieder in die Peripherie des Körpers zu führen. In die äußeren Strukturen und die äußeren Linien des Körpers. In die Flanken, die sich aufrichten und zwischen den Schultern nach oben fließen. Den Raum zu spüren, der dich im Moment umgibt. Und wieder mit allem verbunden sein, sowohl nach innen als nach außen. Und in dieser Verbundenheit die Hände langsam vor dem Herz zueinander zu bringen. Noch einmal dessen Berührungen zu spüren. Die Berührungen der Handflächen. Und hier ausatmen. Und im Einatmen die Arme weit und lang über die Seite nach oben in die Welt öffnen. Dich nach oben aufrichten und strecken. Ausatmend die Hände zueinander bringen. Für die Stirn, den Mund und das Herz. Einatmend ein zweites Mal die Arme ganz weit in einem umarmenden Bogen nach oben heben. Ausatmend diesen Bogen zum Herz zu tragen. Und dich dann vor dem eigenen Herz, vor dir selbst zu verneigen. Mit der Dankbarkeit über das, was war. Das, was kommt. Über das, was du dir geschenkt hast in diesem Moment. Und dann im Aufrichten die Augen langsam wieder zu öffnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020